Hallo miteinander. Es fällt mir schwer, ein bisschen ernst zu bleiben. Wir sind heute im Thai-Restaurant. In Reinach im Kehge. Neben mir ist der Olli. Was ist das alles zu bedeuten hat? Da hinten ist der Apap. Wir sehen ihn. Hallo Apap. Hallo Marianne. Das ist unser Überraschungsding. Ich wollte das unbedingt sehen, weil Apap heute nicht hier sein konnte. Und ich glaube, wir versuchen heute mal das Essen. Olli, bist du dabei? Auf jeden Fall. Die Vergeisterung ist ihm ins Gesicht gesprungen. Förmlich. Ich konnte das einfach nicht glauben. Apap hier hinten. Mal schauen, was er alles zu bieten hat. Machen wir. Also schauen wir mal. Bis nachher. So Marianne, du bist eben hier. Im Thai-Restaurant. Und ich bin hinter der Tage. Ausnahmsweise heute bis am 8 Uhr. Und dann am Mittwoch vom 2 bis am 8 Uhr. Jetzt kann man das erleben. Du kommst dich auch noch mal an Mittwoch. Auf jeden Fall, ich habe mir das nicht entgehen lassen. Im Tage ist es schon mal eins mit Kindern. Aber ich und Thai-Restaurant. Du und Thai-Restaurant. Und jetzt einmal bitte alles mit und ohne Schar. Natürlich, machen wir sofort für dich. Du darfst jetzt auch mal ausnahmsweise hinterher kommen. Wir zeigen dir einmal, was du überhaupt alles machen kannst. Okay. 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 Alles own. Do you like mir? Danke. Wir hören uns auf den. guhde.